Sephiroth an Maschinenraum, Maschinen starten, es ist Zeit für das nächste Let's Play von Star Trek Armada 2. Ja, und damit dunkle Grüße und willkommen zurück, liebe Leute. Es, äh, ja, ist eine Weile her, dass ich gespielt habe, eine sehr lange Weile. Ihr habt es jetzt nicht so sehr gemerkt, weil ich, erstaunlicherweise, ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe, aber immer Content hat auf meinem Kanal irgendwie. Und jetzt immer noch viele Folgen im Petto habe, zumindest für das Final Fantasy VII Remake. Äh, ich bin total überrascht, es hat nur geklappt, irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wie es ging, aber es ging. Wie lauten Ihre Befehle? Da habe ich dann wie, äh, Dingens, Dingens, Bummens, äh, wo sind sie? Transportschirm bestimmt nicht, oder? Eins, zwei, 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 fliegt schon, okay, cool. So, hier haben wir ein Temperaturschiff. Äh, ja, jedenfalls bin ich ein bisschen raus, habe ich die Woche noch nicht aufgenommen, ich hatte ja, glaube ich, entdeckend, ich weiß nicht, ob es in einem Armada Let's Play war, oder in Biomythin oder in, äh, Sternenschweif, aber, dass ich generell ein kleines Problemchen habe, die nächsten Wochen und so. Oh, uh, cooles Vieh, hole ich mir mal. Spaß an der Freude. Ja, jedenfalls hatte ich halt, äh, so Problemchen, weil ich einfach, äh, viel in die Ohren habe, entsprechend wenig zum Aufnehmen kommen und so weiter und so fort, bla, 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 blub. Kennt man alles irgendwie, was bräuchte ich eigentlich für die Sovereign-Klasse? Äh, 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 äh. Vulkanisches Wissenschafts, okay, das ist sowieso wichtig. Bereiten Sie den Andockbereich vor. Und das kann ich noch nicht bauen, weil dafür brauche ich, weil ich brauche ich, eine normale Wissenschaftsstation, habe ich noch gar nicht, okay, cool. Naja, jeweils bin ich raus, wollte ich sagen, ich muss noch wieder reinkommen in alles. Bis auf das Remake, auch das ist schwer, zwei Wochen ja tatsächlich, obwohl ich so viel Erfolg davon habe, im Voraus produziert, bis auf das habe ich halt tatsächlich einfach relativ wenig, gemacht in den letzten Wochen. Schiffsbau abgeschlossen. Oh, fast das Doppelde mit 700 hier. Und du hast... Na komm, stationsbau begonnen. Fast genauso gut. Schon und hatte ich, glaube ich, schon mal geguckt gehabt, in der Folge vorher. Wie gesagt, ist alles lange her. Ich weiß, kein Schwein mehr. Ich muss jetzt meine Handelsschiffe. Auch da oben. Von 1. Richtung wird gewechselt. So 2. Alles klar. Hatte ich eine andere Station gefunden? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Was war meine Ziele in dieser Mission? Wäre vielleicht ganz gut zu wissen. Transforptor soll ich finden. Angriffsschiffe soll ich bauen. Was ist ein Angriffsschiff? Ich habe ja schon ein paar Schiffe. Da ist noch kein Haken dahinter. Ach so, bestimmt so ein... Kein reguläres Angriffsschiff, sondern so ein Marine-Trupp. Die können ja... Haben wir ja hier schon. Die haben wir nicht... Habt ihr doch immer schon gesehen. Der Marine. Da ist der Marine. Die sind bestimmt gemeint. Ja, hier. Angriffsschiff. Da steht es ja auch. Wissenschaftler zu... Ja, bauen wir gerade. Alles gut. Läuft. Ja. Okidoki. Habe ich schon besiedelt? Ja. Spärlich. Ist nicht viel. Aber es ist am Funktionen. Und es läuft. Das, was es machen soll. Also. Wunderbar. Okay. Alle Arbeitscrews auf ihre Posten. Vielleicht keine, aber sowas. Nein, kann ich nicht. Ich sage ich ganz gerne ein bisschen mehr... Statusbericht. Oh-oh. Mach' nicht gut. Wir werden uns... Kannst du reparieren fliegen? Sehr gut. Alle Stationen. Ich habe automatische Reparatur befehlen. Ne, irgendwie nicht so. Aber ich habe schon mal geguckt. Hier, ne? Das war ja nicht wie in... Ich habe auch schon gesagt, dass das nicht so ist wie in Warcraft, wenn man das aktiviert automatisch oder es passiert dann automatisch. Schade, schade. Oh, hieß aber nicht gut rum zu fliegen. Ist ihm egal, macht er trotzdem erst Hardcore. Oh, oh. Wir haben hier irgendwas Planetenartiges. Und wir haben auch Verteidigungsstationen auf dem Planetenartigen etwas Dingens. Das ist bloß ein Nebel. Energie wird in Antrieb umgeleitet. Ne, da rast er durch die Gegend. Kleines Flitzefliegerchen. Ah, ihr geht, fui. Nö, mitten rein. Ah, und kaputt. Das ist ja nicht so feierlich aus da oben. Das war ganz schön vollgepackt, bösen Gegner. Das gefällt mir nicht. Jetzt stehen sie alle hier, hm? Und warten aufeinander. Warten die gar nicht? Ich weiß nicht, ob die hier jetzt warten. Repariert er gar nicht. Wir werden uns fügen. Reparieren Station. Ja, dachte ich auch, aber... Das sind ja alle im Weg. Kann ich nicht sein. Alle Sektionen in Bereitschaft. Wir haben eine Höhenanstellung hier. Wo werden wir gebraucht? Mal geht's noch. Reparieren Station. Er macht doch mal. Reparieren Station. Er sagt, ob er das machen will. Und ich habe auch diesen Button hier. Aber reparieren Station. Das geht nicht. Statusbericht. Das finde ich nicht in Ordnung. Kein bisschen. Das ist ja ärgerlich. Also, ich brauche die Vokamilie in den Handlungsbereich vor. 400 läuft gegen noch hin. Ein kluger Plan. Das ist ja super mega ärgerlich. Dass das nicht geht. Stationsbau begonnen. Ist der zum Deal zum Abfahren? Ich meine, zum Ding ist die wahrscheinlich, ne? Also, steht auf und über. Ich muss man die bei dir. Alles klar. Also, das ist schon okay. Die Warten also doch, wie es aussieht. Mach ich. Ich habe schon, oh, was zum... Ich habe schon drei Stück davon. Okay, cool. Hallo, was ist los? Wieso, kann ich die Richtung wird gewechselt? Richtung wird gewechselt? Ich würde doch angeben, was die da lauten. Ihre Befehle handeln sollen. Das ist das Symbol verschwunden. Schön blöd. Hä? Oh, Mann. So ein Frachtschiff, handeln mal mit dem Dings. Das Symbol ist weg. Ich glaube es ja nicht. Ich kann jetzt auch länger dazu, anhalten, weiterzumachen. Was ist denn das hier? Komisch. Eben ging es, wie gesagt. Aber wir haben trotzdem nichts gemacht. Ach, ich weiß auch nicht. Ich sehe nicht durch. Ich bin raus aus dem Spiel. Ich bin raus aus dem Spiel. Ich weiß nicht, was irgendwie gemacht werden muss. Ich habe keinen Planer, wie es funktioniert. Toll. So Mist. Ich könnte mir wenigstens noch ein, zwei von denen machen. Vielleicht wenigstens. Ein bisschen Latinum abfahren kann von hier drüben. Um notfalls was zu tauschen gegen andere wichtige Sachen. Er repariert echt überhaupt nichts, ne? Das ist noch sauerreich. Reparieren station. Schiffsbau abgeschlossen. Ich weiß ja, was jetzt an diesem Mod-Zeugs und so weiter liegt. Oder es müsste eigentlich regulär funktionieren. Bereit zum Handeln. Das geht ja auch nicht. Kann ich H. Handel drücken? Nee, nee. Bestimmt auch ein Befehl da hier ursprünglich drin war, aber jetzt nicht zu sehen ist. Wie ja auch von dem, 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 dem. dem da will ich jetzt ziemlich mit dem sowas voll laden will kann ich auch mit buttons machen ja auch rausgefunden immerhin aber alles etwas suboptimal gerade alles klar wenn man wieder einstieg hier in das spiel aber was willst du machen so ich überlege fast gerade meine spielgeschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen für die aufbauphase aber ich glaube ich bleib so wie es ist die ganze menge von der sorte aber ich kann nichts zum handeln anklicken es ist echt merkwürdig das symbol da nicht erscheint stationsbau abgeschlossen relativ fix abgegrast hier mal dreimal hingeflogen schon ist hier so ein sichtbares stück weg davon es dauert hier deutlich länger wobei gut ist ja auch nur ein planet dieses viele kleine felder das ist weg daher zu erklären heute habt doch hier mache ich so zu der station ist sie zu doof für euch oder was hier spielt kein symbol wie ich draufklicken sie soll das hier abliefern eigentlich machen die nicht die machen das stimmt wir machen das hier mit der hier bei der stationen nicht okay war das war das ist okay das ist quasi mein fehler das muss so das ist in ordnung dass das hier nicht geht es trotzdem merkwürdig aber man sieht ja hier ich habe noch keinen dilizium latinum geschäft wird dass mein erster transporter trotzdem schon mehr als eben gerade war es noch 800 g oder 900 ich höre was soll die station wird angegriffen sie unten verziehe ich angegriffen und bis an den waffen arbeit würde ich sagen schon begonnen muss ja nicht ohne viel große sachen bauen die alle wir zerstört werden gleichfalls nicht so ordentlich bewaffnet sind bei mir eine ordentliche flotte an enterprise ist ja machen wir läuft wo werden wir gebraucht eine reparaturstation aber es geht nicht da schon wieder was minimal ist das bericht oder ab du feil gelingen lassen eine sovereign class in bereitschaft war selbsterstörungs über hier auf hotkey gelegt der hotkey ist sbs keine ahnung auch sie hat da komische sachen in rot aufploppen in meiner gegend das gefällt mir nur begrenzt schießt mal drauf geschlossen die wollen stresstet gegen stress habe ich null probleme um mit enterprise die zubeeren vorbilder automatisch weil ich mache nicht ich habe keine befehle wie gesehen erteilt das machen die alles automatisch gerade übertreibt man nicht so man kann sich auch zu tode verfolgen abgeschlossen und dann verarschen soll ich dann seid ihr tot das muss nicht sein ich brauche ich noch setzen sie einen neuen kurs allein schon mit die mission nicht zu verlieren brauche ich ja meinen pk am leben selbstverständlich ich bin mir das leisten warum nicht oder ja es lohnt sich glaube ich nicht das quatsch nein mache ich nicht schiefsbau abgeschossen das mache ich nicht dann würde ich meine neue drei werden würde ich sagen meine erste drei besser gesagt und mit dem hier sind sie sowieso gut dabei da können sie einigermaßen was stand halt auch ohne ganz verbesserung und so weiter schätze ich mal da läuft das schon das ist ja echt eine selbst erhaltende flotte eigentlich lange spezialfähigkeit halbwegs vorhanden sind das läuft dann schon ich bin gespannt habe ich schon nein ich kann nicht schon die nächste stufe bauen okay aber schild ist wichtig und angriff ist wichtig der rest ist weniger wichtig aber auch durchaus in ordnung wenn man es hat vor allem antriebssteller fliegen wobei es glaube ich eben nur den impuls und nicht den wort betrifft schlossen erwarten befehle lebenshaltung und sowas ist auch nicht schlecht dann hat das schiff trotzdem mehr hält trotzdem länger aus und so weiter aber eben nicht so deutlich und eindeutig wie mit schilden und mehr waffenfeuer weil es auch heute nur den kampf schnell beendet und nicht das schiff durchhalten lässt aber ihr wisst bescheid es geht ums prinzip und so weiter und so fort so meine enterprise erwarten befehle 1 hätte ich ganz genau kommt auf ihr zeichnen mir aber egal ich will jetzt hier was zerstören kurs wird geändert kommt mal her zeigt eure macht guten alten flotten schiffe aber da beim bau da bumm schiffen die vulkanier artigen schiffen feuer frei befehle feind angegriffen genau das wird geändert leiten hilfs energie in waffen und das etwa nee status bericht das wäre jetzt hier ein anexus aber ist nur ein verarbeitungsding schiffsbau abgeschlossen zu bewohnt aber du bist da jetzt mit alles schon teilweise beraubt das ist ja auch nicht ganz in ordnung richtung wird die wächse aber angeflogen hier und da noch mal eben die sind und willig warten befehle kurs wird geändert feuer wenn bereit mache ich gut auch nach hause mit dir setzen sie kurs auf die nächste reparatur station kommt mal bitte zu stellen vielleicht mit euch acht planet stimmt ja ich kann es nicht verliegen auf ihr antrieb ausgefallen ich glaube es ja nicht auf ihr zeichen geschützt euren kumpanen erwarten befehle nicht möglich aber ich glaube es bringt nicht befehle die hat kein woher werden uns fügen kann man gucken doch alles gut station wird angegriffen und das nur noch schaffen da auch hin zu kommen gleichzeitig über neue schiff ungern aufgeben deswegen eben fix den antrieb reparieren ich glaube wenn ich denn tatsächlich antriebs verbessern und so weiter erforsche dann geht die reparatur schneller die selbst reparatur ich bin mir nicht ganz sicher auch nicht machen sie es so alle sektionen in bereitschaft die wüsse kubus das störe recht sieht man schon mal zu rüchtern sicher ist die kurs auf die nächste reparatur station wir werden uns fügen hier machte wenigstens was sie der strahl erwarten befehle ja es gibt deutlich schneller als vorher deutlich auch noch ein kubus alle stationen bericht muss der gleiche sein das war die rache der enterprise klasse also galaxy mann 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 und reparieren nebenbei das läuft dann ich bin optimistisch glaube ich aber ich sage ich habe schon fast gewonnen die müssen geschlossen wie soll so viele schaden hier wie sollst du auch schaden du kannst jetzt etwas antriebs brauchen wir ja alles alles viel schaden was ist denn hier los hier was eingeschlagen status bericht was ich mitbekommen ich habe die super verloser klassen oder was ist das hier wirklich alles hat schaden krass wo kommt das her